ein Jahr jubileum ich habe 56 Holt 1 ja so viel und 25 Settlings und es reicht genau das Sensation ich glaube ich hätte nicht mehr so leicht an weil der Kompass ist bei mir ein bisschen läuft ich hier irgendwo im Wald umholze so das Äußere von unserem Haus ist fast fertig sie nur eine Kleinigkeit nämlich zum einen die Türen und zum anderen hier so eine Art ja und will sie dann eine Terrasse hinbauen natürlich äh nicht Terrasse Balkon natürlich eine Terrasse natürlich eine Terrasse da können ein paar Sonnenliegen draufballern ja auch auch Alter wie mir das auch gibt PSG die jahre die ganzes Glück ganze Kacke was ich hoffe und es wäre nicht mehr so viel baumüblich sein in diesen Warten und ist nach Brasilien und kaputt nächstags Reicht das reicht das einer stellt euch vor ich hätte das alles mit der Hand gemacht ja es reicht genau schon wieder reicht etwas genau wir sind super geplant ey wir sind die einzigen YouTuber auf der Welt die etwas mit Plan angehen die Welt nicht wirklich ich werde ich okay ich bewundere den Monduntergang ich habe mir vor zwei verliebte ist am monduntergang nicht so muss seine freunde im golf gehen wir genauso auf den piss wie dieser wald im ernst okay das ist wo ist du der linus der linus betreibt eine ag es habe ich schon mitgekriegt eine präsentation sein ja und das mag er überhaupt nicht weil die kleinen grünen also als er also ja leute bitte drückt jetzt steuerung z und die gleiche steuerung und ein nicht wohl selbst sagen wo es jetzt zählt auf der tastatur ja wir haben nicht gewusst wo z auf einer tastatur ist bis die traurig das ja ich meine es steht ja schon im namen ist es das heißt nicht umsonst querz tastatur ich habe und dann haben wir mal ein paar kürbisse alter 53 sepplings die können wir dahin anpflanzen machen wir eine richtige form sind richtig regelmäßig wollen wir machen ja brauchen wir noch sein auch ich das mache ich okay ich glaube ich brauche noch mehr holz holz haben wir ja eigentlich nur für Zäune Prozent aber ich brauche mir das ist 26 unser schönes Haus noch alter warum ist es monstern auch nein nein nur ein nein ja fängt anzubauen Prozent nein warum war ein das ist noch Ok, Leute, ich bin schon bei meinem vorletzten Steak Genau deswegen haben wir keine Facecam Ich glaube nicht, wird das übel feiern Leute, abonniert uns Ab 1000 Abonnenten, spätestens machen wir Facecam-Videos Spätestens Vielleicht erstmal eins Wie das aussieht Wunderschön Wie ist ein Leuchtturm im Hintergrund Muss man sich einfach mal geben Du kannst das Dach weiterführen Und dafür halt aber keine Wand reinballern Ich glaube, das hätte auch was Ja, nein, kein Stein übrig Ich habe Stein Nein, das mache ich nicht Das war so geplant, also bleibt es auch so Ich glaube, ich finde es ein bisschen hässlich Ja, und du findest auch alles hässlich, was ich brauche Nein, aber was Was findest du nicht hässlich, was ich gebaut habe Ich finde das aus gut, bis auf diese Dachecke halt Aber Was sind es nur noch hässlich von mir? Das Ofenhaus Entschuldigung Dein Haus ist aber auch nicht gerade das schönste Ne, eh, eh, ich habe besser als das Ofenhaus Ja, und da fehlt aber eine Ecke Wo Nein I will find you Warum, was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was meine Ecke nicht fertig? War ja auch nicht mein Job Wir können ja ein buntes Dingens machen Wir können ein bisschen Birkenholz in die Ecke nehmen Oder ein bisschen Akazienholz im Haus Oder so abwechselnd Birken und Akazienholz Vielleicht auch ein bisschen Dschungelholz und Kiefer Das ist aber noch richtig scheiße aus Ich war ja nur so eine Idee Aber ich bin glaub ich, da geht er daheim Ich habe vergessen, was ich machen wollte Ich nehme mein Bett und stellst da rein Etwas, weises Ich habe ja noch nicht gehört Tschüss, Before Tschüss, pea Und Das haben wir hier als zweiter, Ahmestriter, bei der stehende Häusern Wobei dein Esser schon immer ein bisschen Leerstand Das ist einfach nur protestlich, Mann, aus Nein, du bist die Person auch noch zu, nur Das ist dein So Okay, mein letzter Steg Brünn, so Oh, Alter Ich habe das Verstanden denn ich glaube ich werde auch du gehört ich werde glaube man einmal nächste verbraten ja dann viel Spaß dabei ein Oktober dieser Akazienholzen das werde ich nicht machen aber dieses deckt was sie doch hier schön auf dieses Haus also hier war ja ist sie immer hier war der Küche Prozent hier war Wohnzimmer doch aus dem schönen Prozent und 4 zu 3 fernseher mit Rand hin brauchen wir wichtig das schreiben wir jetzt uns gleich auf den Z das ist wichtig fernseher was machen wir hier hin keine Ahnung einen schönen Eingangsbereich mit Loom und hier ist wir natürlich doch ein anderer gedöhnt weil sie mir mal keinen Bock haben irgendwo in Dungeons rumzurennen und wir mussten Stein zu sammeln können wir einfach schnell in die 1.8 gehen und den Craften ja aber dafür sollten wir alle Items alles in irgendeine Kiste ballern und dann wieder weg ist Stimmt ähm äh ich habe vergessen was ich sagen wollte eigentlich brauche Glas ich fühle mich mal gucken ob wir aus rotem Sand roten Glas machen können roten Glas roten Glas weil normales Sand haben wir nämlich gerade nicht und er selbst wenn er kann sein wenn es nicht geht dann hast du aber normales Glas passt ja auch ja aber trotzdem hätte den Grund ich muss das habe ich noch nie verbaut ich habe mal Prozent Blau Strasse baut nicht nur noch nicht mehr sondern auch mal woanders bei unserem alten Haus ja nicht nur da sondern auch woanders wo denn noch ähm in einer anderen Welt kreativ sein nein einer Stinknummern Welt so funktioniert es ja wo wir uns was auskommt ich will zwei nirgends nirgends so no egal ich brauche noch genau die Läden und vorstuf 6 Holz über rotes Glas 6 Holz werden da ist ein Baum nein Kürbis 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 der Arscher mir keine 6 Uhr auch ist er noch das schafft man natürlich nicht oder doch das sind nur ein Ecke ein Ecke auf das hat steht dein Ernst noch drin was ich habe sich aus und es ist tot ist dann steht so noch drin Niro ist der Baum 1 zu der 4 1 ich will ein Eifer von Hüftiges vernehmen da ist da keine anderen gab ein 1 1 1 1 2 3 4 5 5 so wir kommen wir ein bisschen ab ich habe kein Bock ist zu ernten auch und geht um sie was machen bis so ich erinnere mich wird auch mal mit in der Mann alter vor Ort von drei Fackeln die Hand das ist schon wohl eingerichtet so ich mache jetzt schon aus dem heute war ich zufrieden ist ein Zimmer was ist zu viel am Ende der Sorge du bist es keine dem Mann und ich bin durch so ein bisschen das ist ein Zeichen ich möchte nicht das große Zellen das ist eine Verlösen auch ein großes Zimmer vor allem die auch Elter die Eltern Menschen kriegen das größere Zimmer nö 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 oh ich bin fertig ich habe 86 Holz noch drücken noch der Bisschen schon nö 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 hier durch das man ist ein Steinbein oder so ist ein Ofen war offen ein Wort hat das noch nicht mehr ein nein nein was jetzt nein hier ist du ein bisschen Holz in die Holzkiste wenn man weiß es ist was ich ausprobieren ich habe es was macht und Holzer ich muss noch gut gucken wie viele Türen brauchen Hier kommt keiner hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017